Und wie läuft Tarkov so? Ach ja, läuft super. Da war die lauter M700. Boah, da sind mehrere. Hallo, hallo. Was ist denn mit den Skeps los? Da ist eine Armee, die peepen und alles. Ich bin elf. Oh mein Gott. Das ist ja wirklich dumm. Das ist ja wirklich dumm. Droppt er? Droppen wäre gefährlich. Oh no, er droppt nicht. Wer steht da? Ich wusste doch, hier war noch einer. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Was ist der Pissolero? Oh mein Gott! Wo ist er hin? So! Scheiß es war ein Player! Ach es war wirklich ein Player! Mein Mist! Ist das dann ernst? Mein Gott! Hallo! Wie kann er mir denn hier weiter durch die Füße schießen? Ist er tot? So! 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 dann bei uns am panzer josef hat was gekillt leute oder läuft einer rüber zu zu spire hinter der ersten säule welche seite hat zwei drei hits gekriegt genau da wo du hin gezielt hast das gibt es doch nicht ist tot ist er tot